hallo hier ist martin von meinem mankees dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 23.03.2023 und unser dax ist ja ganz schön am schwimmen die bullen sind etwas abgetaucht wenn wir uns aber zurück erinnern an eigentlich die montags analyse war es glaube ich hatten wir gesagt dass der gegebenenfalls zum dienstag sein hoch ausbildet zum mittwoch in den rücklauf geht donnerstag dann hier in die drehung geht im politischen senario denkt dran an dem nach dem tag hier haben wir gesagt für ein bärisches richtig bärisches direktes frontales senario erinnert euch haben wir hier diese pfeile nach unten so ihr gezeigt irgendwie so wie meine maus jetzt abgefahren ist oder dass hier noch hoch macht 2 70 rein 2 40 rein runter in den bereich zurückläuft und sich dann hier raus dreht und oben raus steigt das war das politische szenario stand montag abend und bis jetzt ist er voll zu 100 prozent da drin er hat jetzt auch zum mittwoch diesen erholungstag gemacht den wir haben wollten ich weiß er hat das nicht ganz so ganz so hübsch gemacht es war nicht ganz einfach dem zu folgen wir hatten gesagt er muss hier runter unter 200 da war er dann hat danach aber noch mal neues tages hoch nachgesetzt sicherlich den ein oder anderen short ausgestoppt andere vielleicht sogar long reingeloggt ich muss auch ganz ehrlich sagen also ich mich hat da auch gecatcht ich war hier auch fest eigentlich davon überzeugt dass der gut und stabil dasteht und einer oben raus macht und dann hat das noch raus gezogen also dann hat er schon gekonnt rein geträgt auf der ebene hier durchgängig rote kerzen das heißt wir haben definitiv eine umkehr drin und die könnte sich jetzt zum donnerstag auch noch einen schnaps gönnen mehr also können jetzt durchaus hier noch noch eine verlängerung dran setzen das gäbe unten klosen bei 14 99 das wäre so sage ich mal das nächste ziel eigentlich der bewegung und dann wieder rein hier in die 9 28 80 im weitesten vielleicht sogar 8 30 ja da wäre ich zum donnerstag würde ich mich nicht frontal gegenstellen oder ein festes ziel unten unbedingt haben wollen eine grüne stundenkerze würde ich hier sehen ab ich sag mal gäbe close haben wir ein bisschen drunter natürlich wäre das schön wenn die bei 9 28 80 steht aber kann auch ein bisschen tiefer seiner hier unten eine schöne grüne stundenkerze das kann unserem dax durchaus grund genug geben dann hier eben diesen schwung so wie wir das hier anstand monat könnt euch in der analyse auch noch anschauen da hat man die pfeile reingemalt hier hoch sagt warum habe ich eigentlich die ströne gelassen gute frage haben wir lange keine pfeile mehr eingezeichnet dass man irgendwie ein bisschen habe ich hätte mir keine einnahme auch im premium dienst doch heute haben wir pfeile im premium dienst gemalt ja aber habe ich auch glaube ich die letzten tage weggelassen ja wieder ein bisschen bisschen was mit reinsetzen also fakt oder kummer kommt wir fangen direkt an ja nicht nur sagen sondern auch machen martin sonst vergesse ich wieder ich habe es halt immer vor auge ja das ist ich brauche mir den schmalen schmal die ja nur für euch rein ich habe das ich habe das vom völlig vom geistigen auge wie das abläuft und dann vergisst man natürlich sowas dann auch mal oder daran zu denken dass die das nicht jeder so vielleicht hat und das wäre durchaus eine variante eine mögliche variante wie eine solche bewegung könnte sogar hier noch mal einen kleinen schlenker von oben bringen dann wird das vom timing gut stimmig sein und dann hier raus und auch oben drüber ja also oben drüber und raus das wäre ein bullisches szenario ja auch wenn er am montag donnerstag dann schwach notieren müssen und alles was so unter 800 geht wie gesagt nimmt das am donnerstag nicht ganz genau der donnerstag der kann der kann im dax vieles ja also im donnerstag wenn er selbst wenn er 7 95 steht 15 14 30 steht er bei 7 95 der hat dann hier eine grüne stundenkerze wieder hin und zieht hoch das schafft er ich würde das nicht an der marke festmachen wollen zum donnerstag wo der seine drehung kriegt weil die wirklich dann lassen laufen so lange läuft die können richtig auch übertreiben so eine donnerstag und dann steht das ding plötzlich bei 14 700 und man hat ja angefangen irgendwo nur noch lang zu suchen bei 14 29 das würde ich nicht machen ja so lange der auf roten stundenkerzen läuft lasst ihn nach unten machen sobald eine grüne da unten im bereich reinkommt dann mit mit umkehr rechnen ansonsten geht das gleiche auch nach oben wenn er nur grüne kerzen jetzt liefert und gar kein gap klus macht direkt einfach frontal los lasst ihn laufen im zweifel rennt er uns nach oben durch rente in die 365 380 erst mal rein vielleicht zum kleinen tipp an die 400 dann wäre dort fast typisch rote stundenkerzen erst mal rein zu werben wieder volle möhre zurück zu rennen und dann aber trotzdem wieder hoch zu schließen das ist ganz typisches donnerstags pattern ja also sie mir ganz 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 oft und deswegen schön auf die stundenkerzen achten also nicht hinstellen und jetzt sagen 22 uhr der muss hier morgen das oder das sondern wenn wir gesagt haben mit der bewegung wie man gestern das gesagt haben mit der bewegung auch wenn es hier muss ich ganz ehrlich sagen zum zum mittwoch hier bestimmt den ein oder anderen ein bisschen gefällt hat also kann man gut vorstellen dass jeder einen short unten rein ist oben ausgestoppt wurde oder eben andersrum auch oben long und dann nicht gehalten das hat er das hat aber auch mit der absicht zu gemacht dax das dann wirklich stops geholt das sieht man ja auch einfach am verlauf herrn wir die hochs und tiefs gestochen hatte hatte ganz bewusst ein höheres hoch tieferes also erst tiefes tief dann höheres hoch da hat er schon am vortag angefangen hier mit diesem short signal dann noch mal drüber stechen wieder nach unten hat sie wieder drüber stecken das macht er wenn er sich die leute ein bisschen von von der leine halten will eine bewegung vor hat die länger sein soll und ihm sind so viele private mit drin dann dann fängt er so eine muster an dann fängt er an die alle raus zu schubsen so das ist ihm aber offenbar gelungen den konnte ich hier unten raus befragungsgeschlag machen deswegen wäre es für mich jetzt hier sehr sehr interessant und sehr sehr wichtig ja wieder donnerstag weiter verläuft weil das ist das ist hier dann entscheidungsbereich kriegt er den nicht gehalten ich habe den fall schon gemalt haben wir noch ganz drüber gesprochen kriegt er nämlich hier seine drehung nicht hin und er fällt auch am freitag noch durch dann kriegen wir neues verlauf tief ja und dann ist das ganze mega hässliche nummer geworden aber dann ist es dax ja und deswegen würde ich hier einfach aufpassen und dann da auch unter 14.800 auf fallender oder weiterfallend aber dafür musst du wirklich unten bleiben also hier also kurz drunter stechen zum donnerstag nachmittag grüne stundenkerze dann steht er trotzdem am abend oder am freitag wieder oben na also da da einfach ein bisschen aufpassen ja wer kann ich nicht mitgeben ja rente und direkt oben wie gesagt direkt nach oben grüne stundenkerzen von start an lasten ruhig rein rennen 380 400 das ist denkbar dass man das schafft ja locker da braucht euch keine gedanken machen und dann dort im bereich um auf rote stundenkerzen achten wahrscheinlich knallt davon dort dann wieder volle fahrt zurück bis gut und gerne noch mal 200 runter vielleicht sogar 150 21 21 21 50 bis 120 er sagt hoch und dann langsam langsam oben rausklettern und weiter steigen das wäre bullisches denn nachher ja gut okay dann würde ich sagen machen wir hierzu wünsche euch viel Erfolg und es gelingen hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss